Mir ist Gerechtigkeit sehr wichtig und Chancengleichheit für alle Menschen auf der Welt. Alleine kann man sehr wenig bewegen. In der Aktion Familienfastag erlebe ich, dass auf allen Kontinenten unsere Projektpartnerinnen, viele Frauen sie engagieren für ein gutes Leben für alle. Mit viel Mut und Kraft. Und es ist ein total gutes Gefühl, ein Teil dieser Bewegung zu sein.